Du willst fit und leicht sein und Dich richtig wohlfühlen in Deiner Haut? Na dann, herzlich Willkommen beim Achtsam-Schlank-Podcast. Mein Name ist Norea Pape-Hoffmann, ich bin Buchautorin und Achtsamkeitscoachin und gerne begleite ich Dich auf Deinem Weg zum Wohlfühl-Ich. Du lernst hier, wie Du emotionales Essen stoppst, Deinen Körper lieben lernst und Dich jeden Tag mehr über Deinen neuen, gesunden Lebensstil freust. Du hast diesen einen wertvollen Körper und Du verdienst es, Dich in Deinem Körper so richtig wohlzufühlen. In diesem Sinne, genieß Dein Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und schön, dass Du wieder eingeschaltet hast. Kennst Du das? Du ernährst Dich eigentlich total gesund, aber dann am Abend bist Du furchtbar müde und dann ist Dir Deine gesunde Ernährung schnutzpiepegal und Du isst das nächstbeste, was Dir in den Weg kommt. Ja, diesem Thema widmen wir uns heute und ich habe es genannt Entgegner-Müdigkeit, weil ich diesen Titel liebe. Ich habe ihn mir nicht selbst ausgedacht, sondern der kommt von der lieben Franzi. Franzi, Du hast mir via Instagram geschrieben und auf Instagram findet Ihr mich unter nuria.achtsam-schlank. Also macht es gerne wie Franzi und schreibt mir. Also, Franzi schreibt, ich habe Dein Buch durchgearbeitet und arbeite jetzt regelmäßig mit Deinem Podcast und bei mir hat sich sehr viel geändert. Nicht nur, was das Essen anbelangt, auch, dass mir aufgefallen ist, dass ich ein People-Pleaser bin und gar nicht richtig selbstbestimmt lebe. Ja, liebe Franzi, dafür schon mal High Five. So eine wichtige Erkenntnis. Und für alle, die sich fragen, was ist denn ein People-Pleaser? Dazu habe ich mal eine Podcast-Folge gemacht. Und da geht es darum, dass wir so oft im Leben es anderen recht machen wollen, Harmonie wahren wollen und über dieses ganze Harmoniewahren dann unsere eigenen Bedürfnisse missachten. Und glaubt es oder nicht, das hat ganz viel mit unserem Essverhalten zu tun. Das erlebe ich im Coaching immer wieder, dass wir nicht nur über Ernährungsgewohnheiten sprechen und darüber sprechen, wie wir emotionales Essen stoppen können, sondern immer, immer wieder geht es auch darum, dass wir lernen dürfen, zu uns zu stehen, zu unseren Gefühlen zu stehen, zu unseren Bedürfnissen zu stehen und auch Grenzen zu setzen. Und ja, also wenn du Lust hast, ich verlinke dir mal die Folge zum Thema People-Pleasing. Zurück zu Franzi und zu Franzis Text. Jedenfalls klappt es mit dem emotionalen Essen richtig gut. Ich nehme es wahr und frage mich, was ich wirklich brauche. Jetzt kommt aber mein Endgegner, Müdigkeit. Gestern war ich richtig müde. Ich hatte zudem Muskelkater und einen verspannten Nacken. Nach der Arbeit kam ich mittags heim. Ich war meckrig, zickig, quenglich, wie ein Kind. Also habe ich meinen Freund gebeten, einen Lammertschun zu holen, anstatt mir noch einen Salat in der Küche zu schnippeln, für den ich auch eigentlich eingekauft hatte. Ich wollte jetzt sofort schnelles Essen. Ich konnte gar nicht gegen diesen dran ankämpfen und damit klarkommen. Hättest du da einen Tipp? Lieben Gruß, Franzi. Ja, Franzi, dazu sage ich gerne was und ich hatte auch die Erlaubnis, deine E-Mail vorzulesen. Und ich möchte dir gerne und allen Zuhörerinnen und Hörern drei Aspekte mitgeben. So, Franzi, und jetzt zu dir und deinem Endgegner Müdigkeit. Ich finde es so witzig, ich kann es so gut verstehen. Also erst mal, ich gebe dir drei Aspekte mal mit. Der erste Aspekt ist, lass uns mal über Nährstoffe sprechen. Ich weiß nicht, was du da für einen Tag gehabt hast und ob du genug Nährstoffe bekommen hast, weil so wie du dich beschreibst, klingst du für mich fast ein bisschen unterzuckert. Du sagst ja, du kamst nach Hause, du hattest Muskelkater, du hattest einen verspannten Nacken. Also meine Liebe, wenn du Muskelkater hattest, dann kann es sein, dass du am Vortag auch ziemlich gut trainiert hast. Und wenn du gut trainiert hast, dann hat dein Körper jetzt am Folgetag einen Job. Dein Körper soll jetzt diese ganzen Mikroverletzungen in deinen Muskelfasern reparieren. Denn wenn du ordentlich trainierst, dann führt das zu so kleinen Mikroverletzungen in deinen Muskeln. Das ist auch gar nichts Schlimmes, das soll so. Dein Körper soll das jetzt reparieren. Und in dem Moment, wo er das repariert, baut er neue Muskelfasern auf. Deine Muskeln werden stärker, dicker, fester, straffer, also all das, was du dir wünschst. Damit dein Körper das machen kann, braucht er Nährstoffe, zum Beispiel gute Proteine. Und wenn du das jetzt deinem Körper nicht gibst, dann ist es für dich und deinen Muskelkater oder deinen Muskelaufbauprozess natürlich schade, weil, ja, zum Muskelaufbau brauchen wir einfach Nährstoffe. Das ist mir so beim Lesen schon mal aufgefallen, weil ich dachte, Franzi, Muskelkater, kann es sein, dass du am Vortag trainiert hast? Kann es sein, dass dein Körper Nährstoffe braucht? Das mal nur so als kleiner Impuls. Dann sagst du, ich war meckrig, zickig, quengelig. Auch das, ihr Lieben, kann ein Anzeichen für Hunger sein. Nicht jeder Mensch spürt Hunger, indem er irgendwie Magenknurren hat. Manche Menschen spüren das auch mental, dass sie meckrig, zickig, quengelig werden, wie so ein Kind. Und dann hast du gesagt, hast du deinen Freund gebeten, dir einen Lama-Cum zu holen, also eine türkische Pizza, anstatt einen Salat in der Küche zu schnüppeln. Und wenn ich das lese, dann frage ich mich auch, naja, meine Liebe, vielleicht hattest du auch einfach Hunger und so ein Salat war jetzt halt auch nicht genug. Ne, es ist mittags, du darfst auch schon was Gescheites essen. Es kommt natürlich darauf an, was in deinem Salat ist. Wenn du in deinen Salat auch noch Thunfisch und Ei und Megadressing reinmachst und dann noch Kartoffeln dazu isst, dann ist das natürlich auch eine vollwertige Mahlzeit. Aber wenn du jetzt einmal nur so ein bisschen Kopfsalat isst und dann erwartest, dein Körper schreit jetzt, yay, Franzi, good job, dann reicht das vielleicht auch nicht. Also, meine Liebe, das ist mein Punkt Nummer eins. Achte darauf, dass du auch wirklich genug Nährstoffe bekommst. Na? So, der zweite Aspekt, über den ich sprechen möchte, das ist so ein psychisch-mentaler Aspekt. Lass uns mal kurz über unser Gehirn sprechen. Wenn unser Gehirn unterzuckert ist und auch wenn unser Gehirn müde ist und wenn unser Gehirn unter Alkohol- oder Drogeneinfluss steht, dann schaltet der sogenannte präfrontale Kortex so ein bisschen in den Dämmerzustand. Und der präfrontale Kortex, das ist der Teil in deinem Gehirn, der für planerische, besonnene, rationale Entscheidungen steht. Das ist also der Teil in dir, liebe Franzi, der sagt, ja, ich esse jetzt etwas sehr Vollwertiges. Ich esse zum Beispiel Salat und dann noch ein bisschen gute Proteine und gesunde Fette und gesunde Kohlenhydrate. Und ich habe den Salat ja auch extra eingekauft und ich mache das jetzt so wie geplant. Ne? Das ist so der planerische, rationale Anteil in dir. Dieser Anteil schaltet also in den Dämmerzustand, wenn wir nochmal müde, unterzuckert oder alkoholisiert sind. Ja, dann funktioniert der nicht mehr so richtig und dann übernimmt ein anderer Anteil im Gehirn. Und das ist so der Autopilot. Ich werde jetzt nicht zu neurowissenschaftlich werden. Es reicht, dass du merkst, du fällst dann so in einen Autopiloten zurück und fällst in alte Essmuster zurück. Und dann kann es tatsächlich sein, dass du dann so das nächstbeste dir schnappst, das Käsebrot oder Fastfood oder was auch immer. Du darfst also, wenn du achtsamer essen möchtest, Verständnis haben für dein Gehirn, für deinen präfrontalen Kortex und dich fragen, na, wie kann ich denn diesen bewussten planerischen Anteil in mir stärken? Und wir können diesen inneren Anteil auch so ein bisschen den inneren Erwachsenen nennen. Du hast ja auch selbst gesagt, du warst in dem Moment wie so ein meckriges, zickiges, quengeliges Kind. Sagen wir mal, der Anteil deines Gehirns hat übernommen, der so dein inneres Kind widerspiegelt. Ich will aber und ich bin zickig und jetzt sofort und gebe mir Fastfood und kein Bock auf Salat. Ne? So dieser Anteil. Wie können wir jetzt also den inneren Erwachsenen stärken, der rationale, für uns wohlgesonnene, gute Entscheidungen trifft? Und das können wir super mit Achtsamkeit wirklich lernen. Denn achtsames Essen bedeutet, dass ich bewusste, wohlgesonnene Entscheidungen treffe mit meinem inneren Erwachsenen. Wichtig, der innere Erwachsene ist nicht so ein strenger Richter, der sagt, Franzi, du darfst nur Salat essen und alles andere ist schlecht, ja? Sondern es ist dieser wohlgesonnene Anteil, der wirklich schaut, naja, welche Nährstoffe brauche ich denn? Was tut mir denn gut? Was sättigt mich denn nachhaltig? Was ist in Einklang mit meinen ethischen Vorstellungen oder mit dem, was im Kühlschrank ist? Ja, also was ist auch pragmatisch? Frag dich selbst mal, wie kannst du diesen planerischen Anteil in dir stärken? Es kann sein, dass du wirklich dir angewöhnst, das lernen meine Mindfulie-Me-Coaching-Teilnehmerinnen, dass du wirklich vor dem Essen innehältst, dass du eine der Techniken aus dem Buch anwendest. Nimm dir ruhig so einen Post-E-Zettel und guck mal, welche der Techniken dir dabei hilft. Und oder, dass du auch ein Food-Journal führst. Also ich mache es tatsächlich so, wenn ich mal so wieder voll in inneres Kind-Modus verfalle, in den inneren Kind-Modus verfalle, dass ich super gerne auch mal eine Zeit lang wieder aufschreibe, was ich esse. Und zwar nicht, um Kalorien zu zählen oder um Punkte zu zählen oder um die innere Richterin in mir zu aktivieren, und die sagt, was hast du denn da jetzt wieder gegessen und das war aber schlecht, sondern, um die achtsame Beobachterin in mir zu aktivieren, die einfach mal wieder schaut, na, was esse ich denn so tagsüber? Was tut mir denn gut? Wie wirkt denn die Nahrung auf mich? Und gleichzeitig stärke ich durch das Aufschreiben meine innere Erwachsene, nämlich meinen präfrontalen Kortex, denn Aufschreiben zwingt mich automatisch in dieses rationale, bewusste Ich zu wechseln. Also wenn du aufschreibst, was du isst, dann kannst du gar nicht so impulsiv und kleinkindmäßig sein, weil du weißt es selbst, also Kleinkinder schreiben nicht. Du aktivierst durch das Aufschreiben wirklich automatisch deinen inneren Erwachsenen. Schau dir das mal an, probier das mal aus und in meinem Buch, das hast du ja, findest du noch ganz viele Techniken, wie du deinen inneren Erwachsenen oder deinen achtsamen Beobachter in dir stärkst. Und den dritten Impuls, den ich dir mitgeben möchte, ist Liebe Franzi, kann es sein, dass du dir bewusst oder unbewusst nicht erlaubst, müde und erschöpft zu sein? Nochmal, kann es sein, dass du dir in deinem Leben nicht erlaubst, müde oder erschöpft zu sein? Die Frage klingt vielleicht banal, aber glaubt's mir, ich erlebe das so oft im Coaching, dass gerade wir High-Performerinnen uns nicht zugestehen, dass wir auch mal müde sind, dass wir vielleicht auch mal quengelig sind, dass wir vielleicht auch mal unruhig sind und wir erlauben uns nicht, eine Pause zu machen. Es ist so, ich darf nicht müde sein, ich muss ja noch mit dem Hund rausgehen, mich um die Kinder kümmern, 17.000 E-Mails beantworten, mal eben kurz die Welt retten, Hauptsache keine Pause machen. Ich darf keine Pause machen, ich darf nicht müde sein. Und bevor ich mich auf das Sofa setze und eine Pause mache, gehe ich dann eher in die Küche und räume die Schränke aus und esse irgendeinen Quatsch und esse Süßigkeiten oder esse Schokolade oder fall in den Autopiloten zurück und esse das Nächstbeste oder esse Fastfood. Und das ist von außen betrachtet total bizarr. Weil was machen wir da eigentlich? Wir gestatten uns nicht, müde zu sein. Wir gestatten uns nicht, eine Pause zu machen. Stattdessen halten wir uns irgendwie wach mit Zucker oder mit Essen. Nur ist dieses Essen Essen, nach dem unser Körper nie verlangt hat. Und was passiert jetzt? Wir sedieren uns quasi mit diesem Essen. Wir zwingen uns, indem wir essen, wirklich mal innezuhalten. Oder wir essen uns sogar so voll, dass wir müde werden und dann automatisch ab aufs Sofa müssen. Hätten wir uns von Anfang an einfach mal erlaubt, diese Müdigkeit wahrzunehmen, würden wir uns einfach mal erlauben, auch Schwäche in unserem Leben zuzulassen, so als ganz natürlichen Teil des Lebens. Also nicht als Schwäche im Sinne von, du bist schwach, sondern ich bin einfach ein Mensch, natürlich bin ich jetzt müde. Natürlich darf ich eine Pause machen. Würden wir uns das von Anfang an erlauben, und dann hätten wir es nicht nötig, uns mit Essen zu sedieren oder aufzuputschen oder abzulenken von unseren wahren Gefühlen und unseren wahren Bedürfnissen. Und wenn du abnehmen möchtest oder wenn du achtsamer essen möchtest, dann ist das Folgende, was ich jetzt sage, essentiell. Erlaube dir, Pausen zu machen. Erlaube dir, deine Gefühle wahrzunehmen und zu benennen und zu sagen, hey, ich bin gerade müde und ich mache jetzt eine Pause. Und dieser Satz klingt banal und er ist nicht banal. Er ist schlicht, er ist wahr, er ist weise. Und darum möchte ich, dass du jetzt mal den folgenden Satz nochmal hörst und ihn danach auf deiner eigenen Zunge zergehen lässt und mal aussprichst. Halt den Podcast dann ruhig an und sag dir diesen Satz mal selbst auf und guck mal, was das mit dir macht. Ob dir das leicht von den Lippen geht oder ob da wirklich eine Art innerer Widerstand ist, weil du es nicht gewohnt bist, in deinem Leben den folgenden Satz zuzulassen. Ich bin müde und ich mache jetzt eine Pause. Ich bin müde und ich mache jetzt eine Pause. So schlicht, so wahr, so weise und so wohltuend. Warum muss ich mich eigentlich mit Essen vollstopfen, nur weil ich müde bin, nur weil ich eine Pause brauche? Wie krass ist das denn? Wir finden es weniger abwegig, Essen in uns hinein zu stopfen, das wir nicht brauchen, als verdammt nochmal diesen simplen Satz über diese Lippen zu bringen, ich bin müde, ich mache eine Pause und das ist das Normalste auf der Welt. Lass das mal in dir wirken. Und gerade alle lieben Podcast-Hörerinnen da draußen, die sich abends überessen, kann es sein, dass du nach Hause kommst und überhaupt kein Pause-Ritual hast? Frag dich das mal. Oder kann es sein, dass du nach Hause kommst und total das Nährstoffdefizit hast, dass du wirklich heißhungrig nach Hause kommst und es gar nicht mehr aushältst und das Nächstbeste brauchst? Oder kann es sein, dass du am Abend einfach müde bist, dass du erschöpft bist, dass dein präfrontaler Kortex, dein erwachsenes Ich gerade so in Dämmerschlaf gegangen ist und du dich hier stärken darfst? Indem du zum Beispiel aufschreibst, was du isst oder indem du eine der Techniken aus dem Buch anwendest? Ich wiederhole nochmal, wenn dein Endgegner Müdigkeit ist, dann darfst du natürlich neben ausreichend Schlaf, ja davon gehe ich jetzt mal aus, auf folgende drei Aspekte achten. Schau, dass du wirklich gute Nährstoffe über den Tag verteilt isst. Schau, dass du abends Verständnis für dich und dein Gehirn hast. Du wirst am Abend müder und auch dein Gehirn wird müder und du brauchst da eine Art liebevolle Struktur. Einen Erwachsenen, der dich an die Hand nimmt und sagt, schau, so machen wir das jetzt. So tut es dir gut. So isst du jetzt. Aus so einer wohlwollenden Erwachsenenperspektive. Und das dritte ist, lerne deine Gefühle und deine Empfindungen wahrzunehmen und zu benennen. Ich bin müde. Sag den Satz mal. Und schieß noch hinterher und ich mache eine Pause. Also, liebe Franzi, ich hoffe, die Folge hat dir was gebracht und auch allen anderen, die diesen Endgegner Müdigkeit kennen, ich kenne ihn auch und auch ich erlaube mir jetzt mal eine Pause und verabschiede mich in diesem Sinne von euch mit den Worten Genieß dein Essen, vertrau deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Moria Ich bin mir